Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zwei-Kanal auf dieser Dinkel. Ich hab verpennt. Es ist 8.18 Uhr. Das ist das allererste Mal, seit ich morgens um 7 Uhr streame, dass ich verschlafen habe. Dementsprechend sehe ich auch aus. Nichtsdestotrotz gibt es ein großes Waffen-Update für die Vanguard-Waffen. Wir hatten gestern einen großen Waffen-Patch für die Cold Braw und MW-Waffen. Und einen Tag später, 24 Stunden später, gibt es das Waffen-Update für Vanguard-Waffen. Also, die Hütte brennt bei Raven Software. Die Hütte brennt. Und das freut mich natürlich sehr. Denn, ihr wisst ja alle, dass eigentlich die Vanguard-Waffen, vor allem im Verhältnis zu den Cold Braw-Waffen, hab ich ja auch schon in meinen YouTube-Videos auf meinem Hauptkanal drüber gesprochen, was übrigens sehr gut angekommen ist. Vielen Dank, dass die da eigentlich ablosen. Und das größte Problem auch unter anderem der sogenannte Bloom ist. Wenn ihr nicht wisst, was der Bloom ist, schaut euch das Roboter-Klassen-Video an, was ich hochgeladen habe. Da erkläre ich das nochmal genauestens, was der Bloom ist von einer Waffe. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier unter anderem, da ist so's Floyd gestern gestorben. Und, ja, Floyd ist gestern so gestorben und das war einfach ein Ding im Spiel. Also, wenn du ein Flugzeug hattest und durch die Gegend geflogen bist und geschossen hast, dann sind die Schüsse automatisch auf die Person gegangen, die gerade den Fallschirm geöffnet hatte. Ich weiß nicht, ihr könnt mir nicht erzählen, dass die dieses Spiel getestet haben. Das kann ja nicht sein. Fighter-Plains are no longer able to auto-target Power-Shooting-Players. Weil, Floyd und ich haben uns gestern schon gewundert, das sah so aus, als ob der cheaten würde. Egal, ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr im Spiel, immerhin. Soweit, so gut. Dann kommen wir zu den wichtigsten Sachen. Na gut, hier, M1928 wurde jetzt umgenannt. Hier steht was Wichtiges drin. Leute, das ist insane, alright? Das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft von Wallzone. Dass der Bloom jetzt komplett reduziert wird. Die sagen, sie werden ihn komplett aus dem Spiel nehmen. Ja? Sie werden, ähm, das wird etwas dauern, weil die halt, wenn der Bloom von den Waffen weggeht, die nicht zu überpowert werden dürfen und die deswegen die Waffen anpassen müssen. Aber sie werden auf jeden Fall die, die, den Bloom komplett entfernen. Und das ist wirklich das Wichtigste. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das so schnell, äh, so schnell auch ändern. Das freut mich echt extrem. Weil der Bloom, ne, ganz kurz nochmal gesagt, bedeutet, dass es nur auf den Vanguard-Waffen drauf. Und Bloom bedeutet, dass du, wenn du im Visier bist, deine Kugeln nicht dahin stießen, wo du mit deinem Visier hinziehst. Das bedeutet ADS-Bloom. Ist bei jeder Waffe unterschiedlich. Stark ausgeprägt. Ähm, aber bei den meisten Vanguard-Waffen war es sehr, sehr extrem. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, dass sie das jetzt auch, ähm, zugeben quasi, dass es ein Fehler war. Und, äh, das wird ein bisschen dauern. Aber sie arbeiten auf jeden Fall dran. Sehr, sehr schön. Dann wurde die NZ irgendwie genervt. Weiß ich jetzt auch nicht, warum. Irgendeiner ne Ahnung von euch? Wir haben einfach, einfach die, die, die NZ genervt. Die war jetzt irgendwie nicht so mega overpowered. Ich hab keine Ahnung. Äh, irgendwie den, den, ähm, Nacken-Multiplikator von 1,5 auf 1,3. Und den Recoil erhöht. Keine Ahnung. War jetzt irgendwie, hab ich jetzt nicht so verstanden, warum. Äh, dann, die haben die Swiss nochmal genervt. Die war ja letztens beim Waffen-Update, wurde die schon genervt. Und, ähm, ja. Ja, also es wurde, ähm, zweite, zweite, äh, Second-Damage-Range-Edit, ne? Also Schadensreichweite. Das ist ein bisschen eine Verbesserung. Aber, die ganze Minimum-Damage und Multiplier und so weiter wurde genervt. Also, na gut. Also ich weiß, dass ein paar NZ gespielt haben, so. Aber die hatte immer noch einen sehr starken Bloom, weswegen die jetzt nicht overpowered war oder so. Darum geht's ja, ne? Also, sie war nicht overpowered, genau. War eine stabile Waffe. Ich hab da auch schon ein bisschen damit gespielt, aber sie war auf keinen Fall overpowered. Swiss nochmal genervt. Ähm, M1912, ne? Was jetzt umgenannt wurde. Das war ja, glaub ich, die Waffe. Genau. Der, da wurde auch, die wurde auch ein bisschen genervt. Und, ähm, Decrease, Maximum-Damage-Range-Decrease, keine Ahnung, Sub-Machine-Guns, ne? Own-Gun wurde, äh, wurde, guckt euch das mal bitte an. Also, kommt ja erstmal hier drauf klar. Wir haben hier, wir haben hier einfach PPSA und Own-Gun. Ich hab, ich hab, ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal so viele, so viele Points gesehen haben für eine Waffe, die genervt wurde oder, äh, äh, gebufft wurde. Aber ich glaube, Own, wenn ich das hier richtig sehe, Own und PPSA wurden beide eher genervt anstatt gebufft. Wir haben hier einmal der maximale Schaden von 34 auf 39. Ähm, die maximale Schadensreichweite wurde aber verschlechtert. Die, der mittlere Schaden wurde auch verschlechtert. Guck mal, von 1500 auf 850. Puh, nicht schlecht. Dafür wurde aber der Headshot-Multiplikator verbessert. Nacken-Multiplikator verschlechtert. Ähm, Upper-Torso, also so, ähm, ähm, Magenbereich oder Oberkörper wurde auch verschlechtert. Und auch nicht zu wenig, ne? Also für einen Multiplikator von 1,45 auf 1,1. Wisst ihr, was ich komisch finde? Die tun hier so ein bisschen so, als ob die Vanguard-Waffen overpowered gewesen wären, oder? Seht ihr das auch so? Ich finde irgendwie so, also, die, 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 die nehmen so viel, die nehmen so viel an diesen Waffen vor. Und die tun irgendwie so, als ob die Vanguard-Waffen komplett overpowered gewesen wären. Hier von 1,45 auf 1,1, Alter, was ist das denn? Also, die, die waren ja mitnichten, mitnichten waren diese Waffen overpowered. Naja. Ähm, PPSH. Gut, PPSH ist wirklich die einzige Waffe, die, wovon man von overpowered sprechen kann. Da war ja der Recoil komplett verbargt. Das hatte ja teilweise Negativ-Recoil. Du musstest wirklich dein Stink nicht bewegen. Und die Waffe, ähm, hatte kein Recoil. Und, äh, hier wurde, die, die PPSH wurde wirklich komplett geisteskrank genervt, Alter. Als ob das irgendwie so, keine Ahnung, die Pharma-Shotgun gewesen wäre von damals, die so overpowered war. Ähm, ich verstehe es auch. Ja, aber, also, erstmal ein Schluck Kaffee. Es ist schon, es ist schon ein kranker Nerf, wenn ihr euch das anschaut. Von 27 auf 23. Ich, ich, ich meine, es hätte bei der PPSH schon gereicht, wenn man da irgendwie erstmal den Recoil anpasst oder so. Ähm, da wohl, also, da muss ich, glaube ich, das muss ich, glaube ich, gar nicht großartig vorlesen. Ja, ganze, also wirklich jeder Schaden wurde irgendwie, ähm, reduziert. Muss man sich, muss man sich schauen, ähm, ob die sich jetzt noch überhaupt spielen lässt. Oder ob das jetzt eine Vollgardistrophe ist. Ich wollte eigentlich heute ein Video dazu machen. Aber besser so als andersrum. Weil, es ist schon oft passiert, dass ich ein Video gemacht habe. Und danach kam der Patch für die Waffe. Naja. Stan fand ich ganz, ganz interessant. Neck Damage Multiplier decreased to 1.3. Also, da wurde, da wurde der Nacken Multiplikator reduziert. Und, ähm, auch der Upper Torso Damage Multiplier wurde decreased. Also, hat die Stan einfach einen Nerf bekommen. Und ich denke mir so, was, was, also, was, was ist, was ist denn das Ziel von den Jungs da hinten bei, und Mädels von Raiden Software, Alter? Also, die Stan hat ja wirklich jetzt auch mit nicht einen Nerf gebraucht. Aber okay. Ich dachte eigentlich so, ich dachte eigentlich am Anfang so, die Waffen wären jetzt ein bisschen besser gemacht. Aber irgendwie wurden die, die meisten Waffen wirklich irgendwie nur ein bisschen genervt. Außer bei der Own Gun. Ich glaube, bei der Own Gun, im Endeffekt, ich weiß nicht, kommt man vielleicht so ein bisschen auf Plus Minus Null raus, wenn man jetzt Headshots connectet. Aber, naja. Type 100 wurde, äh, verbessert. Ja, das finde ich ganz cool. Die hat sich auch ganz nice angefühlt. Ähm, da, da, die maximale Schadensreichweite mit mittlerer Schaden, minimaler Schaden. Nur der Nacken Multiplikator wurde ein bisschen verringert. Ähm, ganz cool. Also, Type 100 vielleicht mal ausprobieren. Und dann wurden hier noch einzelne, ähm, ähm, Aufsätze angepasst, sehe ich gerade. Ja, Chariot. Lauf. Wurde hier der Recoil, ähm, decreased. Ja. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Wurde der Recoil noch angepasst. Äh. Ja, muss man dann mal schauen, welche man, welche man draufpackt. Magazin. Magazin Capacity increased up to 25. Ja, das ist ganz gut für, für WoWzone, dass man mehr, mehr Munition benutzen kann. PPSA. 30 Minutes up from, äh, okay. Movement Speed increased. Magazin Capacity, ähm, ja, gut, die Sten hat auch ein bisschen mehr Schuss bekommen. Ähm, ja. Konnte euch ein bisschen, äh, Informationen verschaffen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst ein Pussy werten und kostet uns das Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten, äh, YouTube-Video. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.